Jetzt sind wir im Liederresten. Hier ist Bofé. Wir haben dann auch frische Waffe gemacht, was man gern möchte. Da kann man sich alles schön nehmen. Frische Eier. Frische Milch. Frische Säfte. Und hier ist schön zugemacht. Und hier ist schön, super schön zu sitzen. Bofé und Säfte haben wir hier auf der anderen Seite. Die sind inklusive. Da kann man sich nehmen, was man möchte. Tee, Tee und die Säfte sind den ganzen Tag. Und Wasser, stilles Wasser. Ist alles mit Brennungen.